absolut knapp Es war der moment gewesen wo ich gelieft hätte in diesem spiel Yeah, Juhu, Platz 8, yeah, das wird was. Warum? Nicht schon wieder Nein, 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 nicht diesen Dreckspielmodus, nicht die Litrarennen, nein Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Video und zwar spielen wir heute Mario Party auf diesen wunderbaren Servo Ewig tausend Millionen Jahre wartet bis eine runde loskommt und jetzt geht's los was spielen wir denn zuerst Herzlich willkommen Bei Minecraft Mario Party, komm 1-4, perfekt mein Ziel ist es nicht letzter zu werden und platz Top 3 zu belegen Meine einsteigen runter stellen, Jo, was wird gespielt? Es wird gespielt, ich kenne mich nämlich nie aus was er gespielt wird Gang Game, ja das kenne ich sehr gut Gang Game, das ist ja perfekte Jo Leute, heute geht ihre Party richtig ab Äh, hä? Wie geht denn das hier? Ah, ja, ich weiß wieder wie es geht, so, da Au Nein Aua Bitte, nein, lass mich in Ruhe, nein Nein, ich sterbe, ich will nicht sterben, nein So, nee, lass mich So, ich bin nicht erster, das ist nicht gut, ich muss auf jeden Fall, darf nicht letzter werden, so PvP mäßig, komm, Bruder, die Kraft Nein, ich kriege ich, komm, ich weiß nicht, dass du machst, aber ich hab dich jetzt bekommen, sehr gut, damit ist, ja, vorletzter Wahl wieder da, ich hab eine Komm, komm, Kollege, du leckst ihn komplett, das freut mich So, gut, wie gesagt, eine ganz normale Runde abstauben, sorry, Bruder, die Kraft Nein, das war so gut Okay, ich war doch nicht so gut, absolut schrecklich Nein, 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 ich springe mal, hä, krieg ich da falsch an? Ne, ich krieg kein falsch an, sehr gut, so Nein, nein Was? Ich bin Zweiter, sehr gut, wann ist denn das aus? Nein, ich wurde nur Zweiter Schade, schade, Leute Okay, nächste Runde gucken wir, dass wir gut würfeln, aber zweiter Platz ist gar nicht so schlecht Eine 6, so muss das sein, Leute Oh, ich krieg ja zwei Würfel, eine 3, sehr gut, Leute Können Sie mal reinschreiben, ob ich öfter mal eure Party spielen soll, wenn euch das gefällt, dieses Spielmodus Hä? Äh, und dann kann ich mal, okidoki, kann ich weiß, was das ist Achso, doch, man muss immer alle abknallen mit dem Bogen, genau Meine Spezialität, so So, 2-0 Mau ist wieder mal Nicht am Rasieren, so, ich krieg auch Bleib einfach so stehen Ne, ok, jetzt hab ich's verhaut Nein Oh mein Gott, der wollte's wissen, der wollte richtig Okay, oh mein Gott, nein, 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 nicht abschießen, nicht abschießen, das ist gemein Nein, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, bitte Nein, 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 nein Ha, 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 ha Ja, perfekt, also Top 3 will ich auf jeden Fall wieder Dritter werden Sehr gut, den hätte ich auch Da nehmen wir uns den auch noch Komm, bitte, 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 krieg Ja, sehr gut, so muss das sein Okay, schade Okay, leider down Aber ich bin wieder Zweiter, ich bin komplett stolz Okay, jetzt wurde ich richtig Down gemacht Das war jetzt nicht so krass So muss das sein, den nächsten habe ich auch noch Okay, den habe ich leider nicht Okay, ich bin down, aber ich bin erster Platz Okay, das muss ich schnell verteidigen Okay, den habe ich, sehr gut Weißt du, das Spiel endlich aus, bitte, okay 21 verbleibende Sekunden Sehr gut, den hätte ich auch Okay, bitte Okay, die kriege ich dann, bitte Okay, schade, schade, schade Ich bin natürlich mal am Punkt abgezogen Bitte lass mich erster, bitte lass mich erster werden Na Ja, sehr gut, jetzt muss ich nur noch mal verstecken Und die Sache hat sich erledigt Alter, was Oh mein Gott, ich bin erster, juhu Okay, dieses Spielmodus ist absolut krass Okay, ich rede eigentlich nur scheiße in dieser Runde Komm, eine Sechs schon wieder Ah, das ist ja der absolut perfekte Tag Und eine Sechs, das gibt es ja gar nicht Okay, Platz 1 Wäre richtig krass, wenn ich das mal 100 Jahre mal nicht spiele Mario Part und dann plötzlich Platz 1 wäre Aber ich meinte, das Spiel ist ja noch nicht vorbei Platz, okay Also ich habe zwei Punkte Vorsprung Mini Survival Games Okay, das können wir auch reißen Das ist natürlich auch ein guter Spielmodus Nur muss man halt da Glück haben, dass niemand auf dich geht Das ist das einzige Problem Jo, okay, in fünf Sekunden geht es los Was sind denn die Kisten? Ich meine, das Texture Pack ist mal absolut krass Am Start mit dieser wunderbaren Minecraft-Version Scheiße Ich dachte schon, ich hätte es jetzt nicht rausgeholt Alter, wäre ich Ah! Sorry, ich muss unbedingt weglaufen Okay, ich werde auch probieren, so lange zu überleben, wie es geht Muss ich jemanden töten? Okay Okay, ich laufe lieber weg Aber wenn ich der Einzige bin, der überlebt Ich checke diesen Spielmodus nicht so ganz jetzt Dann bin ich doch auch dabei, oder? Okay, ich bin down Eine, zwei Das ist auch okay Wir haben ein bisschen Vorsprung Also Top 3 Könnte sich bis jetzt gut ausgehen Heiße Kartoffel Okay, das heißt Ich muss Immer Rechtskrieg auf den Spieler machen Sobald ich sie habe, glaube ich Ich kenne mich da nie aus Ist das Problem Nein, 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 lass mich dich kriegen Als ob das so gemein ist Platz 4, Platz 3 wäre doch gut gewesen Gut, dann müssen wir jetzt wirklich eine 6 würfeln 5, okay 5 ist eigentlich absolut gut Platz 3, gut wie sieht es aus 16 Blöcke Okay, 5 Blöcke Vorsprung hat er Boss, please Okay, das könnte gut laufen 11 ich laufe einfach immer nur so oh mein gott sorry dass ich gerade so geschrien habe es war absolut knapp es war der moment gewesen wo ich gelieft hätte in diesem spiel wenn ich nicht aufgenommen hätte weil das war absolut blöd jo leute da hatte man so eine gute chance natürlich nur 1 platz 1 zu werden in den letzten spielmodus nehmann echt gut und dann wird es immer blöder es ist immer so die meisten so gut das haben wir gucken und vielleicht kommt noch ein gutes spielmodus ich bin jetzt sicher ja vierter nein warum heiße boden was ist das wieder für ein spielmodus bitte nicht bis jetzt scheint das gar nicht mal so schlecht auszusehen so ja sehr gute machen einfach alles kaputt hier okay das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich okay oh mein gott ach da ist ja noch mal ein spieler da ja mal gucken wer besser ist in diesem spiel so lange juhu ich hab gewonnen also der perfekte spielmodus für mich okay jetzt habe ich noch mal die große chance zwei sechsten zu würfen bitte 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 so eine fünf sehr gut und jetzt bitte komm eine sechs perfekt ok 11 punkte das kann was werden bitte 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 platz 1 oder 2 platz 3 wäre natürlich auch gut nein wie kann man denn so pech haben nicht ampel rennen es ist der schlimmste spielmodus auf der ganzen welt ist abrennen ich sag's euch das ist absolut schlimm kommt bitte lass mich doch einmal gewinnen so komm 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 juhu platz 8 jäh das wird was gut ich glaube damit können wir uns platz 3 abschminken eine 3 ok platz 3 wird ganz schwer warum nicht schon wieder nein 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 nicht jene nein das ist ein dreck spielmodus nicht die libra rennen nein alles nur nicht das bitte alle sind nur nicht das bitte her wie komme ich dann runter also wie viel darauf bitte welche auf ich will doch hinauf einmal dadurch einmal da nein nicht schon wieder immer diesen schmarrn da ja schon viel weiter ich kann es gleich vergessen jetzt läuft läuft ok oh mein gott da gibt es checkpoints scheiße bin ich dumm was ich war dritter komkom das wird noch was ja noch nie so weit kommen wir dadurch sehr gut dann da unten durch nein ok ersten dann den zweiten wieder jetzt den dritten bitte 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 okay den nächsten komm 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 den unteren holen wir jetzt auch noch so eine scheiße nein nein warum fünfter nein noch mal ganz kurz da genau ich war doch nicht erster wäre lächerlich gewesen wenn ich erste gewesen wäre mini gefecht ok wie ich krieg dich nicht wie ich krieg dich nicht da und bitte bitte nicht bitte nicht bitte nicht warum so früh so gg gut dann darf ich jetzt noch einmal würfeln aber die würfelzeit wird jetzt mich nicht beeinflussen ob ich letzte oder vorletzte werde oh mein gott eine 6 kommt bitte ich komme erst ins ziel ich müsste eigentlich gewinnen bitte wir sind zu dritt erster ja erster übersicht ok wir sind alle er ist zu dritt erster geworden alles klar ich bin erster platz da muss man sagen erster platz 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 ok leute dann würde ich sagen haben wir es geschafft erster platz zu werden mit drei andere leute dann würde ich sagen was ist denn mit diesem wunderbaren video leute ich habe das video hat euch gefallen schreibt es gerne in die kommentare leute und leute lasst gerne eine bewertung auf dieses video da und schaut gerne auf meinem teamstick mausechsen für dich google.de vorbei wenn ihr wollt Leute haut rein und sehen uns zum nächsten mal tschau